ja und geht zum Schienen schließen um weil wir erst mal gucken um machen Rüstungen wie kann man denn hier um das wollte ich nicht dass ich viel Menü hat man jetzt hier nicht um nur wir werden wahrscheinlich schnell drauf gehen es wird unangenehnt die kommen von unten ich habe den Flugschreiber befindet sich in dem Raum die Treppe hoch ich sehe ich versiegel den Raum holen Sie den Flugschreiber die Mittelkonzone holen Sie den Flugschreiber ja doch ich bin jetzt unterwegs Flugschreiber sicher in einer Minute sind wir raus ja so habe ich oh Fluggarten sind unterwegs zwei Minuten Kies Achtung Glückwunsch wir haben der Flugschreiber sollte zeigen welches Arschloch das mit der Solaco getan hat wer weiß was wir herausfinden wenn wir das Ding zurück bringen Glückwunsch Sie haben Ihren ersten Rang erhalten Ränge schalten aus Aufrüstung frei die mit Empfehlungen erworben werden können in der Leiste oben rechts auf der Hut sehen Sie Ihre aktuelle Empfehlung sowie Ihren Fortschritt zum nächsten Rang im Menü können Sie unter Waffen Aufrüstung verfügbare Aufrüstungen und Empfehlungen einsehen alles klar Herr Kommissar okay das war wohl Munition oder was 40 plus Ladungen okay alles klar so was soll ich jetzt hier machen so du hast das jetzt hier eingesperrt ach so jetzt geht er da dran und macht was für die okay ich hab's aufgeschnitten aber er macht so zu gucken da geht echt viel Munition drauf mann 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 okay das war ein einziges was Munition hier rum lag dann wollen wir hier vorbeigehen ah was haste das brennt halt hier ne was ich muss jetzt vorgehen oder was brennt's bei dir eigentlich okay wir haben wieder ein bisschen Rüstung gekriegt ja ja alter wird so ich ich halte auch drauf ich brech ab ey ach jetzt kommt man hier nicht vorbei oder was wozu hier eigentlich steht wo ist er denn jetzt schon wieder hin äh okay er lässt mich einfach allein hier boah ich war grad ich war grad ich war grad wie in dem film die kanone mit dem sound ey megamäßig ey er steht mit dem rück nein ich muss nachladen ich muss nachladen boah wieder einer boah alter der rennt aber der hat's aber heute eilig ey so erst mal umsehen hier ich brauch wieder da ein bisschen und man kriegt hier nicht so viel wie bei äh wulfenstein merke ich gerade echt echt bin ich äh moon und äh weste nach der warte jetzt gehen wir mal hier durch geil ey eee episch äh episch geil sounds mäßig und so ooooh oh ne wir sind in einer Minute bei euch was ist wirklich krass das fährt ah nicht doch mein erster tot willst du mich na ok mein erster tot boah ok warte mal wer hat noch eine Handgranate määää ja boah das verteid einem auch nichts gerade habe ich mann auch mann sichern sie unsere linke seite was machst du willi der wurst bleiben willi die wurst das ding kommt an die vorbei weißt und er schießt auch nicht das ist eine blitzbirne junge junge alles muss man alleine machen so jetzt muss ich die schrottgang rausholen alter geht doch mal kaputt wenn ich drauf halte was ist denn da schlapp an ich habe gar nicht mehr gesehen aber das gibt es doch nicht woher war ich lange und sagt nach okay alles klar ich hätte da gar nicht ich hätte da gar nicht warten müssen da hinten oh la la oh 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 Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Die Gangway ist instabil, aber es bleibt keine Zeit, um ein anderes Helf zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Meine Explosion hat die Tür versperrt. Ohne Autorisierung geht die Licht auf. Bezweißen Sie Ihre Hand. Bezweißen Sie die verdammte Türsperre, Kies. Los! Ich bin schon dabei! Ich überbrücke die Tür! Ich brauche 30 Sekunden! Jetzt schieß doch! Schieß doch! Ach, Mann! Der uns nachladen, das ist doch... Boah, heftig, Alter. Wie oft kann man denn da sterben? Mäh! Ist der mal reagiert hier? Komm! So. Na, wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Auf dem Dropship! Achtung! Gerne, warte! Du bist so wahr, du denkst, das ist doch... Oh! Sind Sie total verrückt geworden? Das ist doch... Los zur Gangway! Der Typ ist doch nicht mehr ganz da. Ja! Aber es bleibt keine Zeit, um auf ein anderes Schiff zu warten. Wir gehen trotzdem durch! Meine Explosion hat die Tür verschwört! Ohne Autorisierung geht die nicht auf! Bewegen Sie, das haben Sie die Zeit dafür! Die verdammte Türsperre, Kies! Los! Ja, wenn Sie schon dabei! Ich überbrücke die Tür! Ich brauche gar nicht! Ah! Ich brauche ein paar Sekunden mehr! Und wieder ein erledigt! Okay, ich hab's! Nein! Ein Moment! Nein! Wenn ich hier draufgehe, bringe ich's! Alter! Das schwöre ich! Das war knapp! Gut, wir haben uns jetzt nicht auf die, äh, nachladen! Wir machen uns aus dem Stab! Der Flugschreiber ist unterwegs zu Sephora! Wir haben's geschafft! Rino Team! Los, los, los! Okay, okay! What? Winter! Was ist... Nicht doch! Hotz und Geier! Explosion, Sound, man hat überhaupt nichts gehört! Das ging alles um! Wir hängen jetzt hier an dem Dingsfest! Wir konnten uns auch... Oh, kommt da weiter, weiter! Oh, scheiße! Da kriegst du nebenan Alien, Alter! Wie schnell... Ich weiß nicht, wann hat sich das denn eingefangen? Oh, komm schon! Komm, komm, komm! Na, komm schon! Ja, los doch! Und hopp! Und zieh mich rein! Komm schon! Jawohl! Mach zu! Oh, Gott sei Dank! Das ging auch so eben, äh, äh, Kuh, der ist weg! Kies! Kies hatte ihn! Alles war umsonst! Wir sind nicht tot! Naja, das ist doch schon mal was! Indem wir ganz einfach, äh, äh, die Webkämpfe... So, all right, chill here! To one, hören Sie mich! Was ist denn der Gangway passiert? Ja, das wird die auch gerne mal wissen! Wir haben Kies verloren! Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert! Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir! Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Scherien sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben! Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines! Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz! 80 Marines! Wow! Okay, das... Was ist denn? Ach, da! Da musst du auf... Ach so! Ne, Kontaminierungsschleuse! Sepharo Actual, hier ist eine Live-Übertragung! Das ist keine Technik von den Colonial Marines! Da steht Wayu, Sir! Heilige Scheiße! Was? Laut Zeitstempel kam, dass nach dem Notruf von... Äh, wie war sein Name? Corporal Hicks! Actual, hier ist 2-1! Was hatten Sie davon? Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an Wayu senden! Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen! Gehen Sie zum Frachtraum! Beide! Over! Mein Gott, wir sind sowas von am Arsch! Sepharo Actual, hier spricht Bella von Reiner 2-3! Hören Sie mich? Klar und deutlich, 2-3! Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt! Da war was Spinnenartiges in meinem Gesicht! Es ist tot, Sir! Ich wurde von meiner Truppe getrennt! Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot! Tut mir leid! Reiner 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum! Kennen Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garment? Peace? Denken fällt gerade etwas schwer! Ich bin nicht sicher, wie ich dort hinkomme, Sir! Sie allein sind jetzt Reiner 2-3! Versuchen Sie es! Kommen Sie lebendig zurück! Ich chill over!